Willkommen in diesem Fall, ihr Fick- Ey, was ist los, was ist los? Moin Leute, Trimax hier. Eigentlich wollte ich ja nach dem 14-stündigen Charity-Stream einen Tag Pause machen, allerdings hat mich die Sucht gepackt und der Grind ging weiter. Wir haben wieder alle zusammen gezockt und diesmal fand ich das, die Fahrzeuge, das Auto, im Kampf überraschend stark. Am Anfang ist es ja eigentlich so gewesen, wenn man mit dem Auto fährt, dass man halt keine Deckung hat und dass die Gegner einen problemlos Down bekommen können. Diesmal war das gar nicht so, da sind wir so ein bisschen um die Gegner rumgefahren, Dauerfeuer, Minigang, Granatwerfer und so weiter, da kam mir das relativ stark vor. Schreibt mal eure Meinung, erstens zu Season 5 in die Kommentare und was ihr von den Autos haltet im Kampf. Ob das eine gute Option ist, dass man aus dem Auto schießen kann oder ob das eher nur so ein Fun-Feature ist. Also das einmal in die Kommentare und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Ich hab Mini für dich, Hanno. Ah, das ist einer aus dem Stream. Noch einer? Alter, die gehen ja einfach durch. Wo sind die? Hier sind sie. Warte, ich komm von oben. Havien, der hat Loot. Hast du beide? Boah, da ist nur einer, der Instant-Finish, glaube ich. Hanno holt die Runde. Also ich will dich jetzt nicht unbedingt unter Druck setzen, Hanno, aber 100 Euro Charity, wenn du gewinnst, ne? An wen? Ja. Kinder lachen? Ja. Ich glaube langsam, das ist da von dir so eine... So eine Briefkastenfirma, ne? Ja. Kinder lachen. Er denatet das selber an sich. Das ist wirklich unauffällig. Die werden denatet einfach die ganze Zeit an sich selbst. Vom Geschäftskonto aus Privatkonto. Ganz einfach. Ich frag mich, ob die Spannen auch ein bisschen verändert haben. Das wär krass. Kann sie nicht. Nein. Faito ist komplett gleich. Hoffentlich hätten sie den Club weggenommen, wär einfach aus. Aber es wird noch. Guck mal, jetzt ist so ein kleiner Teil der Map verändert und das wird sich wahrscheinlich so über die ganze Map rüberziehen. Nein, wie du mich spoilerst. Krass. Das ist doch der Trailer schon, dass sich die Welt immer weiter vermischen. Schreib Trimix gleich Schmandkind. So. Auf sein Instagram. Unter dem letzten Bild. Einfach nur Schmandkind. Streamst du grad live? Ne, ich nehm auf. Okay. Schneid dich raus. Also, die Leute sagen ja immer, so über eigene Witze lachen. Aber ich finde, YouTuber dürfen das über ihre Videos. Wenn die sich selbst kaputt hauen über ihre eigenen Videos, bestes Zeichen. Ich hab, äh. Schau, hast du das gesehen? Ich hab jetzt schon zehnmal Lachkampf gekriegt wegen dem Südkorea Video. Das ist immer wieder geil. Es ist sehr wichtig, dass du ihn sprengst. Komm schon, Henno, Junge. Komm, ich fertig, ich mach nicht aus Versehen. Ich mach nicht aus Versehen killst der Schuhe. Das ist echt so typisch. Jürgen, wenn ich dir so hole, dann musst du mein Eis kaufen. Nein. Oh, na. Oh, schade. Ich weiß jetzt nicht genau, wo er ist. Direkt vor uns, wir sind vor uns. Der ist lost, Junge. Hier rein, schnell. Die Zone kommt. Zone ist, Zone. Baller da einfach mit Raketen einfach an die Seite. Dass du ihn direkt treffst. Die Steindächer? Ja, ja. So, jetzt nochmal der ist da. Nochmal, nochmal, nochmal. Schützt. Alter, geil, oder? Sah gut mit der Rakete aus. Aber hast du den Erden da drin gemacht? Äh, äh, du? Äh, der war so fettig. Der war einfach fettig. Um nochmal auf das Fußpilz-Thema zurückzukommen. Ja. Ähm. Du hast krassen Fußpilz. Ich hab, äh, tatsächlich mal Fußpilz gehabt. Mein Vater auch. Ich hab hier, ähm, ein Foto von dem Fußpilz. Hat mir einen Mod geschickt. Der hat das noch. Von meinem Fußpilz von damals. Ähm. Sehen wir das einmal. Das ist er. Fußpilz für die Leute, die das noch nie hatten. So sieht das Ganze aus. Guck sie gerne im Stream an. Boah. Was ist das denn, Alter? Hä, das ist ein Pilz einfach rein. Wie scheiße. Wie kacke. Ich dachte von weiter weg, als es nicht scharf war, dachte ich so, das ist so gelb und hat ein Loch drin, weißt du? Wie scheiße. Der Willy Wonka hat da mega, äh. Ich weiß ja nicht, ob wir die U18-Version haben. Willy Wonka war der übelste Drog. Der hat ein Meff-Labor. Also bei, ja genau. Der hat alles mögliche konsumiert und dann macht er einfach. Genau. Willy Wonkas Meff-Fabrik. Guter Titel eigentlich. Mach mal, ähm, mach nen Thumbnail davon. Willy Wonkas Meff-Fabrik. Der hat ein Headshot kassiert. Oh, der ist im Norden. Ich hab ne schicke Waffe, könnt ihr euch nehmen. Ich bin der Thermal-Typ. Elf Schuss. Das ist viel. Ja, ich muss mich auch ein bisschen was droppen, was braucht mir so. Kriegst du doch mal da drauf, Junge. Treffer, Treffer, Treffer. Down. Oh, das war's. Mit Trimax. Ich rette Trimax. Sauber. Alles klar. Ich hab Trimax. Der muss leben. Sehr stark. Hab mal jemand den Link von Rumatra, bitte? Klari ist da. Da fahr mal hoch. Da fahr mal in den Rhein. Fahr weiter geradeaus. Fahr weiter geradeaus. Und jetzt. Bau, 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 bau. Jetzt. Oh mein Gott. Hami, OP. Das war ein schöner Hit. Und hoch. Hallo. Das war das eine Team Austin, ist das nicht mehr. Zwei Gegner bei mir. Oh mein Gott, nein, oh mein. Nein, 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 nein. Nicht bei Trimax. Nein, 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 nicht bei mir. Warum immer immer bei mir, Gegner? Lass mich in Ruhe. Oh, ich baue wie ein Weltmeister. Bei diesen drei. Das sind vier. Drei bei dir genockt. Drei bei mir genockt? Ich hab' die alles dann hättet. Die wollen alle nur Trimax. Das ist ja richtig eklig. Hab einen. Oh, stark wie du den. Du brauchst mich ja gar nicht. Oh, ich hab' einen gehittet. Ich hab' noch einen genockt. Das ist normal, den ich gebetet hab'. Ich hab' alle gedauert. Die Sniper. Alter, wie geil. Ich hab' den auch die übelsten Hit gegeben. Wie geil. Ja, wahrscheinlich wachst du. Hat jemand was zum Glück für mich? Äh, brauchst du Materials oder was? Ja. Ja, ich kann dir ein bisschen geben. Kannst du schon mal droppen? Dann geh' ich da rein. Wo bist du? Ich steh' neben dir. Danke. Hab' einen. Schön. Dafür, dass du mich gedauert habt. Er wird jetzt sterben. Der hat noch Schild, Achtung. Hey. Schön. Leute, die sind down hier. Ich bin in die Luft gejagt. Sind der mal? Die anderen zwei Teams sind im Westen. Ich muss jetzt auch mal ein paar Kills machen. Ich hab' keinen Spaß machen. Ah. Boom. Nice. Ich liebe diesen Slow-Mo. Das ist so beprinigend einfach. Ich weiß gar nicht warum, ob du beprinigend bist. Aber der müsste in der Luft sein. Ist das jetzt noch? Hallo. Schlinsch vergrößert worden? Wie ist denn, was in dem Spiel los ist? Will, wer schießt immer noch auf uns? Danke fürs Fliegelassen. Ach du denkst du auf dich, lass' ich am Leben. Kleine Sau. Ich hol' Schrobel. Sehr gut. Hier ist ein Kicker, aber noch ein bisschen. Oh, der wollte mich abschießen. Der wollte mir den Rücken schießen. Gehen wir auch nochmal sicher. Ja, ich könnte ja. Es gibt ein paar mehr, ne? Dann nehm' ich jetzt runter. Hast du'n Medikir? Ich hab'n Medikir für dich. Oh, das ist sick. Hab' alle. Sehr gut. Da können wir's runterschießen, by the way. Ich dachte, das ist ein guter Move. Egal. Das war Chefs Schuld. Okay. Wer war Headshot? Dafür bin ich bekannt, Chef, was ich jetzt mache. Dafür bin ich bekannt aus Film und Fernsehen. Hier sind ganz viele Gegner. Schwubbel, halten wir die Schnauze. Go. Go. Go, go. Chef ist dafür bekannt, für's zu sterben. Dafür bist du bekannt. Wow. Einfach so weg ist schon. Ohne Gegenwehr. Ich hab' diesen Bug, den neuen. Der neue gefällt mir. Ich hab' den neuen. Der Haftkannte geworfen. Jo. Und die ging nicht aus dem Inventar raus. Jo. Also hängt die an dir selber fest. Ja, die bugt so bei dir dran. Selber. Das ist neu für Epic Games. Die wollen das fixen. Ja, die wollen das fixen. Ich glaub', ich hab' mit denen gesprochen gestern. Die meinen, die wollen das nicht fixen. Das bist nur du. Leute, die sind da. Lass' es knacken. Leute, der trägt vor uns. Geil. Was denkt ihr? Wir kommen hier einfach an. Free fire'n im Auto. Oh. Oh. Fuck, 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 fuck. Was? Ich hab's gebaut. Er finisht. Er finisht. Alter. Nein. Oh mein Gott. Seid jetzt alle dead? Ja. Ich brauch' ne Mülleimercam. Amars Fußcam war eh die Beste. Ja. Der hatte ne Handcam. Und dann, weil der Controller hatte da keinen Bock mehr sich so hinzuhocken. Und dann hat man einfach die ganze Stream nur seine Füße gesehen. Das ist einfach so dumm. Was? Was? Ihr müsst wissen. Trimax ist in Season 5 Top 500 Global. Jo, das ist geil. Das ist echt geil. Alter, man sucht sich. Wie war der mit 40? Was ist da los? Der ist zuviel Europa-Turnier zugeguckt. Ja. Guck, das stört mich so. Stört. Alter, ich wusste es. Dieser kleine Verräter. Hast du keinen C4? Aber die Mann ist auch deine, oder? Hä? Das sind nicht deine. Oh. 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 Das ist halt der komplette Schwitzer. Also das ist halt. Ey, der Typ nervt so hart, Alter. Ohne Witz. Ey, Pekka, jetzt können wir so Leute einfach melden und bannen, die in solchen Games drin sind. Ey, Pente, mach mal hier schnell Kick, dann hab ich den Loot. Ganz schnell. Ich spiel morgen mit Trimax. Das sind ja nur noch Schwitzer. Ja, das ist top, mein Junge. Deswegen guck mich mal an als Noob. Habe ich noch Spaß? Ein bisschen, oder? Ja. Ja, stimmt. Oh mein Gott. Ey, was ist das denn? Ey, was ist das denn? Ey, das ist die C4. Kassiert? Die sind hier alle? Egal, wenn der grad streamt, du wurdest grad deleted. Alter, das sind ja auch richtige, richtige Schwitzer da oben schon. Ey, der wirft zurück mit C4. Was denn das war eine Scheiße? Darf er das? Nice. Ja, weg mit denen. Alle tot? Ja. Ja. Oh, ihr seid so krass. Ich hatte so Panik und Angst. Oh, Max, hier liegt ein Chuck für dich. Sau. Oh, jetzt geht's bei mir. Oh, bei Harmy, bei Harmy geht's los. Fahr da, Fahr da vorbei. Wir fahren, wir kommen, wir kommen halt durch. Bau dich zu. Wo ist der Strobel? Wo ist der Strobel? Okay. Baller drauf. Oh, einer ist noch. Okay. Ey, der klaut die Medi-Fills. Ich hab die alle. Digga, warte. Der klaut die Medi-Fills. Das ist Wetter. Das ist Wetter. Warte, nochmal. Warte, nochmal. Warte, nochmal. Warte, nochmal. Warte, nochmal. Warte, nochmal. Geil. So, weiter. Weiter geht's. Ey, der Mini hat sich doch jetzt auch schon rumgehalten. Ach ne, jetzt killt der diese da alle. Ne, die halten hier alle gerade. Komm, wir kommen, wir kommen. Baller drauf. Oh, das ist ja echt geil. Das ist die Meta. Willkommen in Season 5, ihr fickt. So ein Liederspruch. Oh, nice. Oh, ich bin tot. Oh, fahr, 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 fahr. Den haben wir noch dahinten. Geh halt rein. Yo. Absolut. Oh, lol. Ich brauche jetzt wieder ein bisschen Pisten. Ich habe ein bisschen was verschossen. Ich steig mal aus, die Karre ist irgendwie dumm. Na, Vollbremsung einfach. Oh, da rechts. Fighten, fighten, fighten. Mini-Gun raus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Ja. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Ich springe raus und nehme den seitlich mit. Oh, brech von dem. Ich kann so gut Auto fahren in diesem Game. Guck dir das mal an. Bei mir sind zwei Stück. Ich sprain rein. Drei Stück. Ich habe eventuell 80% Falter mitbekommen. Ich stand eventuell in drei Leuten drin. Habe ich nicht gemerkt. Wir dürfen das auf gar keinen Fall verlieren. Down. Komm schon, das müsst ihr machen. Die sind zwar gut, aber das schafft ihr. Komm schon, bitte. Oh, das ist auf uns? Ne, ne, ne. Ich glaube nicht. Die fighten auf Gegenseite. Oh ja, mein Team ist down. Oh mein Gott, geil. Alter, ich habe gerade alle mit dem fucking Ding geholt. Mit dem fucking Ding, yo. Alle mit dem Granatenwerfer. Trauber. Für alle Flames, die gerade Max losgelassen hat, bitte einmal rüber und ihm den Stinkelfinger anzeigen. Warum? Ich habe gerade alle mit einem Granatenwerfer geholt. Hast du mal die Twitch Terms of Service gelesen? Andere Streamer diskriminieren geht nicht. Da werde ich mal direkt den Simon antweeten. Danke fürs Daddeln. Danke fürs Zuschauen. Und dann bis morgen. Haut rein. Tschö.